Hallo zu einem neuen Video und zwar gibt es heute nur so ein Video tut mir leid aber ich war gestern krank weil ich krank war und so das will ich euch jetzt nicht unbedingt erzählen weil es nicht ganz so lecker war naja ok auf jeden Fall habt ihr jetzt hier das Video wo ihr die nächsten Projekte sehen werdet ähm es sind natürlich nicht alle aber das sind Projekte die ich auf jeden Fall auf dem Schirm hätte und die ich auf jeden Fall machen würde und machen will auch und nun ähm hab ich hier eine Straw Poll gemacht welche ihr auf welche ihr euch am meisten freut damit ich vielleicht zur ähm die nach vorne schieben kann also wenn jetzt erst ähm Half-Life kommen würde und dann erst Portal dass ähm wenn ihr Portal lieber ähm mögt also wenn ihr das höher abstimmt dass das vielleicht vorgezogen wird oder so dass ich halt viel mehr Variation habe und ja bei den meisten als Plays wo jetzt nur steht Portal oder Half-Life würde ich jetzt den ersten und auch den zweiten Part spielen ähm aber ich würde halt immer erst den ersten spielen wenn ihr versteht und ja es tut mir leid wie gesagt dass ähm heute nur so ein Video kommt aber gestern war ich einfach zu krank um aufzunehmen und lieber ein sinnvolles Video bis auf äh besser als so ein Video wo ich so schlafen bin so schlafen bin so ja das ist ja wirklich nicht spannend oder so dann Dankwurz anschauen stimmt gerne ab und oder kommentiert auch auf welches Let's Play ihr euch am meisten freut ähm bei manchen ähm Projekten wird es vielleicht auch nur einzelne Videos geben wie zum Beispiel Nitchhawk da werde ich jetzt nicht jeden äh in Let's Play draus machen ich werde auf jeden Fall die Kampagne mal durchspielen ähm aber da würde ich jetzt nicht jeden Tag ähm Videos machen weil sie eigentlich relativ das gleiche ist das euch darf es anschauen Tschüss euer Zirka Freak